So, bereit zurück zu Condemned und irgendwie geht es gerade voll ab, vor allem haben wir so einen Typen entdeckt. Komische Visionen haben wir auch bekommen und ja, jetzt jag ich einmal mal den Typen hinterher und ja, ist er jetzt weg oder wie? Wie, du kannst Schlacht nicht gewinnen. Wo steckst du? Wo steckst du? Oh, diese Musik gerade. Übelst krass. Wo steckt der Typ? Ist das der finale Bosskampf oder wie? Hä? Ist das der finale Bosskampf oder wie? Verstehe ich nicht. Ne, einen Taser habe ich nicht. Das heißt, das Ganze muss jetzt ohne Taser gehen oder wie? Ja, wie, du bist schwach. Ich mach mal hier, glaube ich, einen Quickie hin und dann geh ich mal da hin. Denn hier greift er irgendwie an, nackig. Oder auch nicht. Was macht er die ganze Zeit? Er hat eine Menge live, muss ich sagen. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Leland, nephew, please listen to me, I am here to help, you are not yourself, you are not in your right mind, let me help you, I know of what I speak, I can't help you, I know of what I speak, I can't help you. Das war das Kapitel? Äh, gut, äh, das hab ich jetzt nicht ganz verstanden, was jetzt da passiert ist, aber... Okay. Komisch. Also, komisch war das schon. War das grad ne Vision von... ...dem anderen Typen, oder was ist grad passiert? Ich hab keine Ahnung. Willkommen zur Bewusstsein, mein Freund. Ich hab keine Ahnung, wenn du es nicht genutzt hast. Ja, wir waren gut im Anfang, aber du bist ein bisschen ein Fehler, nicht wahr? Du hast noch nicht verstanden? Ich habe dich benutzt, Ethan Thomas. Ich schaute dich, und folge dich, und benutze dich, um zu finden die Serial-Killern, die du so schrecklich suchst hast, und dann, um sie zu töten. Okay, muss ich sagen, ich war ein bisschen dramatisch. Sie zu töten, wie sie zu töten, wie sie ihre eigenen Begriffe haben. Ein bisschen Spaß, du weißt du? Ich habe es gut gemacht. Schade, dass es dich in der Begriffe hat. Aber einige Dinge sind unverlässlich. Natürlich, seitdem du keine Hilfe mehr werden soll, gibt es keine Grund, um so weiter zu gehen. Wie würdest du sterben? Ich mag nicht die Methoden der Torturier. Es ist zu risk. Vielleicht ein Blatt über die Haut, wie der Schraubende Karpfer. Ach, kurz und süß. Oder vielleicht der Blatt. Ich habe es gut, die Körper geschehen, die entgegenziert, die entgegenziert und sie für die Polizei finden. Oh, ja, er war auch einer meiner. Wir waren so nahe zu ihm. Aber ich bin da erst. Vielleicht wäre es besser, wenn du ein Feuer verloren hast. Du musst findest und zerstören. Es hat all diese Wahnsinn. Geh, es jetzt. Okay, ähm. Was, 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 was? Ne, lieber nicht speichern. Wie komme ich jetzt da durch? Das Feuer? Ähm. Komm ich hier durch irgendwie? Achso. Holzbrett. Okay, den Verantwortlichen finden. Auf jeden Fall grad ziemlich cool mit der Fackel rumzulaufen. Du musst, Ethan. Du hast immer zu uns gehört. Du hast immer zu uns gehört. Okay, wer ist jetzt mein Feind? Greif mich überhaupt jemand an? Also ich höre was, aber ich sehe irgendwie nichts. Hallo? Ähm. Ist jemand? Okay, er speichert. Oh. Hallöchen. Achso. Du siehst aus wie gewisse Typen aus Outlast. Na, war klar. Ah, der sieht aus wie dieser, glaube ich, Walker aus Outlast oder so. So. So, den Taser haben wir natürlich nicht. Wir müssen das irgendwie jetzt so hinbekommen. Ja, am besten noch ein bisschen ausweichen zwischendurch. Okay, am besten Stück für Stück vorankämpfen. Stück für Stück vorankämpfen. Warte mal, liegt hier Heilung vielleicht irgendwo? Na, keine Heilung, das finde ich grad ein bisschen nicht so pralle. Weil ich jetzt nicht weiß... Achso, ja, gut. Da ist ja welche. Oh, die Sound-Effekte machen mich grad ein bisschen kirre. Okay, in den tiefen Wald hinein. Und ich glaube, da vorn kommt auch wieder ein neuer Gegner angerannt. Den Taser habe ich auch nicht. Was heißt, ich muss jetzt ohne Taser sorgfieren bekommen? Aber naja, wir haben ja schon vieles... ...ohne den Taser geschafft. Na, ich bin mir grad unsicher. Ähm... Warte mal. Machen wir es mal so. Neu... Neu... Ähm... Ja, doch. Neu... Vier. Ach, Mann. Scheiße. Wo fange ich denn an eigentlich? Ach, beim letzten Load-Point, gut. Gut. In your ass! Und ich brauche ganz dringend nur Heilung. Heilung, 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 Heilung. Ich brauche Heilung, Leute. Ich bin am Arsch. Guckt euch mal mein Energie an. Was ist das für ein Geräusch? Das gefällt mir gar nicht Und vor allem Würde ich mich gerne mal heilen Das wäre gerade mir noch wichtiger Problem ist gerade Ich sehe hier nirgendwo Heilung Aber ich muss sagen Hammergeile Atmosphäre hier draußen Das muss ich gerade im Spiel lassen Erinnert mich jetzt sogar wieder an Outlast Was ich hier sehe Und das ist schon geil Boom Baby Oh yeah Guckt euch an Was ich hier schönes habe Wer mir jetzt den Weg kommt Der ist Weg Oh die halten aber viel aus Die Viecher Na komm schon Ach scheiße Trotz Gewehr Die Energie muss reichen Oder Moment Kann ich vielleicht fliegen? Geht das vielleicht irgendwie? Naja Bloß wir folgen mich dann auch Komm schon Rein Aus dem Weg Ja die verfolgen mich jetzt da hinten Das heißt ich habe Gegner vorne und hinten Ja ich habe so ein Problem Gerade Hau ab Ach du Scheiße Noch so Ich glaube ich habe einen Fehler gemacht Ich hätte Die hinter mir killen sollen Oh fuck Ich glaube ich habe einen Das ist jetzt ganz schlecht Das ist jetzt eine ganz ganz schlechte Situation Ich habe es gewusst Man kann sich versafen In dem Spiel Man kann sich Ganz übel versafen In dem Spiel Ja wie ihr seht Ich habe nichts mehr Ich habe keine Fast keinen Knife mehr Ich bin am Arsch Ich bin völlig am Arsch Das ist jetzt ganz schlecht Das ist jetzt eine ganz üble Situation Na gut Dass ich vorher noch einen Speicherstand habe Oder ich schaffe es irgendwie mich dahin zu retten Aber ich Bezweifle es irgendwie gerade Ach du Scheiße Naja Denke mal das wird es gewesen sein Oder Wie soll ich mich da jetzt noch retten Vor mir und hinter mir sind Feinde Äh lol Die gehen Nicht weiter Was ist los mit den Typen Kann ich euch wieder Aus Nee ich kann es nicht aus Tricksen Schade Ähm Das mag jetzt ziemlich bescheuert sein Aber Ich will gerade mal was versuchen Um die Lage irgendwie zu retten Weil das ist jetzt eine ganz ganz knifflige Situation Hier sieht was da los ist Da vorn sind Typen mit Obwohl Na scheiße Eintreffer und ich bin hin Ist natürlich scheiße Das geht gerade verdammt schnell Shit Was mache ich jetzt Entweder ich kann es noch retten Oder ich kann es nicht mehr retten Ich habe Ein Speicherstand Zuvor Und ich darf nur einmal getroffen werden Das heißt Ich muss mich jetzt irgendwie Hier durch retten Ansonsten Bin ich am Arsch Ansonsten bin ich jetzt am Arsch Na toll Noch so ein Typ Okay Drei Schuss Oh Gott Ist das gerade eine brenzlige Situation Alles voller Feinde Ein kleines Energierest Okay Ach du Scheiße Da kommen ganze Massen von Den Typis Scheiße Und keine Energie in Sicht Ähm Gut Ich würde sagen Wir machen mal Beigespeicherte Spiele Ähm Ja Nehmen wir mal Haupt Stand Ich weiß nicht Ob ich jetzt noch Irgendwas davon retten kann Aber ich hoffe es mal Gut Dann sehen wir uns Nächstes Mal bei Condemt Wieder Bis dann Tschau Leute